Inflation steigt in Deutschland. Das Statistische Bundesamt nennt neueste Zahlen. Mit Stand vom 10. März 2023 stellte es fest, dass die Rate im Vormonat bei 8,7% lag. Im November 2022 waren 10% zu verzeichnen. Doch wie kommen die statistischen Erhebungen zustande? Die Behörde legt einen sogenannten Warenkorb zugrunde, was die Menschen so einkaufen. Darin befinden sich jedoch nicht nur Lebensmittel, sondern auch Posten wie Einrichtungsgegenstände, Ausgaben für Bildung und Kultur, sowie Aufenthalte in Hotels und Restaurants. Vieles davon können sich eine Menge Bürger wegen der monatelangen hohen Inflation ohnehin nicht mehr leisten. Die enorme Geldentwertung begann im Juli letzten Jahres. Die Lebensmittelpreise sind extrem gestiegen. Greift man die Position Lebensmittel aus dem Warenkorb heraus, so ergeben sich dramatische Zahlen. Im Supermarkt liegt der Kaufkraftverlust bei 40% über alle Lebensmittel. 40%! Denn für diese Artikel müssen die Bundesbürger immer tiefer in die Tasche greifen. Die Preise steigerten sich letzten Monat um fast 22% gegenüber Januar 2023. Doch im Januar waren sie schon um mehr als 20% höher als 2022. Die Teuerungsrate liegt mittlerweile bei Nahrungsmitteln höher als bei den Energiekosten. Die Daten des Bundesamtes offenbaren horrende Preissteigerungen für Produkte des alltäglichen Bedarfs. So stiegen Milch und Eier um ca. 35%, Getreide und Brotprodukte um 24%, sowie haushaltsübliche Fette und Öle um 22%. Wer zu Fisch- und Meeresbrüchten greift, muss 22% mehr zahlen. Auch Brauereien sehen noch kein Ende der Preissteigerung. Für Biertrinker gibt es die unerfreuliche Nachricht, dass ein Kastenpilz ein Loch von 16 Euro im Geldbeutel hinterlassen wird. Das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange, denn die Brauereibranche meldet extreme Kostensteigerungen für mehrere Produktionsprozesse. Angefangen bei Malz und Kohlensäure beide 90%, über Fässer 60% bis zu Kronkorken 120%. Dazu muss man auch die stark gestiegenen Kosten für die Logistik rechnen. Der Springer Verlag veröffentlicht in der Bild-Zeitung die krassesten Beispiele für die fortschreitende Inflation. Darunter fallen Schmelzkäse und Speisequark mit Preissteigerung um je 80%, Maßriegel und Alufolie um je 56% sowie Paniermehl um 90%. Das ist dramatisch. Das ist wirklich sehr, sehr schlecht, dass wir Lebensmittel uns kaum noch leisten können. Ja, wir bleiben am Ball für Sie. Schön, dass Sie reingeschaltet haben, trotz der negativen Nachrichten. Über ein Like und Kommentar. Wie sehen Sie die Situation? Wird es sich noch verschlimmern? Werden wir weiter verarmen? Würde mich sehr interessieren. Und lassen Sie doch ein Abo hier. Das ist kostenlos generell bei YouTube. Vielen Dank, dass Sie reingeschaltet haben. Bleiben Sie erfolgreich und gesund. Bis zum nächsten Video auf diesem Kanal.